Hey Leute, ich bin Jonny, willkommen zu den Latin Charts im Mai. Langsam aber sicher ist er endlich wieder zurück, der Sommer, die Temperaturen steigen und mal ganz ehrlich, was gibt es Besseres als strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und die dazu passende sommerliche Musik. Dreh die Lautsprecher auf, viel Spaß mit den Latin Charts im Mai. Hey, 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 hey Si me amas, te espero hasta que llegue el día Dejemos la cobardía, dámelo ya Pégate como se te dan dos imanes y me amas Lo desesperado nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo nos va borrando nuestra alegría Y no lo digo, te está esperando, mira Que todo lo bueno llega Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Y amarte, eso voy a hacer una a una y otra vez Besarte y amarte Y amarte, eso voy a hacer una a una y otra vez Y obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Ya no quieres escucharme Me obligaste a mirarte Esta noche es especial Somebody call 911 Estas noches especiales Somebody call 911 Tú besándote So Leute, das waren die Latin Charts im Mai für euch Falls ihr immer noch nicht genug habt, dann checkt auf jeden Fall mal die Latin Charts Spotify Playlist aus Die findet ihr in der Videobeschreibung und dort findet ihr noch jede Menge weitere Songs Ich hoffe wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder und würde sagen bis dahin, macht's gut und tschüss Bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.